. 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 Mama, das ist nach Hause. Es ist so schön. Es ist so schön. Es ist so schön. Normal muss nur ein Abend nach dem Abend. Das ist die Herrmann's resident. Das ist Christian Herrmann und die Frau, Linda Herrmann. Und unsere neue Freundin, die Besitzer ist Sir Berli. Bisaya Anna, Kram Dabao. Und das ist von Cebu. Und das ist der Mastermind von diesem Blog. Und, als ihr remember, ich zeige euch, in meinem Live Streaming, dass ich ein Cheesecake hatte. Und das war ein sehr gutes Cheesecake. Jetzt, wir werden euch zeigen, wie Herr Herrmann das Cheesecake macht. So, keep watching, enjoy, und learn with us. Wir legen Eier. Dann müssen wir das klein machen, äh häckseln. Mit der Maschine. Dann müssen wir alles mischen. Wir müssen jetzt, also, ich mache jetzt die Eier da rein. Die Gelbe schmeiße ich hier. Die Weiße bleibt da drin. Und später muss ich schlagen. Und dann kommt hier rein, äh, Mehl. Die muss ich klein machen, kommt rein. Backpulver, Öl und ein bisschen davon, von den Likören. Eigentlich nicht ganz. Und zum Schluss machen wir das Schlagen und dann aufmischen. Bis zum nächsten Mal. 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 number mata der Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.